Hallo, zurück zu Skill, der Ego-Shooter für Arme. Und ich bin wieder und zwar spiege ich dieses Mal gegen den Kokadino. Hallo, Kok. Verdammt, das ist lautstehend. Hallo, hallo, es ist zu laut, oder? Okay, warte mal, ich mach mal eben ein bisschen leiser. Jo. Wir haben E-Fan und eine Grenade gekillt. Aha. Okay. Ich hoffe, so ist es besser. Welche Schwierigkeitsgraden sind die wieder? Welche Schwierigkeitsgraden? Ehh, nochmal. Wo ist denn der liebe Kroani? Oh, ich soll mir bald eine neue Waffe kaufen. Ich hab, glaube ich, genug Geld. Ja, müsstest du eigentlich haben, anfangsmäßig. Du weißt ja... Du bist dicker als Wasser. Ja, das stimmt. Weise Worte. Oh ja, oh ja. Boom. Scheiße. Ich hab zwei Mal den gleichen gekillt, interessant. Weiter geht's. Ja, hier. Oh, ich balla hier freudig von mir. Ich hab, einfach mal eine Granate irgendwo und vielleicht drücktet ja. Das kann natürlich gut sein, ne? Na, das ist schon, das ist jemand zugejoints. Ja, das geht, das geht recht flott. Hä? Ich bin noch nicht voll getroffen. Nein! Cock. Gurry! Scheiße. Boah, Landgranate, das ist ja Mief. Das ist ja Mief. Aber bei der Mepass halt wieder ein bisschen mehr Vielfaltigkeit, ja? Kannst mal da rumlaufen, kannst mal da rumlaufen. Ist der Korn, wie viel steht da oben? Schon wieder tot. Wie viel stehe ich denn? 9,5,5, das geht ja. Oh, ich hab ein Lucky Point bekommen. Das ist ja schön. Das bedeutet? Lucky Point, du kriegst doppelt so viel EXP am Ende. Jo, also, das haben die halt Lucky Punch oder so, da kriegst du da ein paar Sachen. Das ist eigentlich, eigentlich so, damit, dass es kostenlos ist, eigentlich recht okay, finde ich. So, so mäßig, äh, von der Zweifel, mäßig, was? Ja, genau, finde ich auch. Ich hab nicht gesehen, Korn. Scheiße. Eier. Mich kriegst du nicht. Oh. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Ah, hab ich den gefunden, hab ich den gefunden. Da, jetzt hab ich nicht schlecht. Ich hab dich gekriegt. Ich hab dich gekriegt. Man, 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 hier. Wo bist du denn? Bam. Ich kille immer den, der gerade gejoint hat. Ja, genau. Da hab ich auch aufgeschickt. Guck mal, guck mal, guck mal auf unsere KD, das gefällt mir. Ja. Ja, du hast 790 Punkte und nicht 740, da hat es nur noch 750 und nicht 740. Wo hast du mich verkrochen? Ne, ich war gerade tot, ich hab grad, bin grad wieder da. Ah, den, den musste ich haben, der konnte gar nicht anders gehen. So. Fuck, 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 fuck. Oh. Das war knapp, ey. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Corny. Ah, ihr gewinnt da, das Mist. Ach so, gehört sich das auch an, das möchte ich nicht. Cool, ich hab 888 Punkte. Nazi. Nein, sowas müsste ich hier nicht hören. Nein. Ach so, ich dachte, beim Einmalmesser ist der tot, ey. Das wär zu schön. Naja, bei COD ist das ja so, weißt du. Echt? Guck. Das geht ja mal gar nicht hier, ey. Doch, doch. Oh, doch. Der ist weg. Auf jeden Fall, der ist weg. So. Gute alte Ferguson. Jo. Auf wieder aber ein knappes Match, ey. Hat, glaub ich, auch. Das darf man ja wohl mal sagen, ey. Fuck, scheiße. Hätte ich dich fast erwischt, ey. Warst du hinter mir? Ja, da hat mich so eine scheiß Granate gekillt. Gras. Das ist ja nicht zu glauben. Ich war gerade am Laufen. Wie war das schon irgendwie ein Bewusstsein, dass du da rumläufst, weißt du? Ja, da ruft. Was, da, da, da. Stirb. 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 Kartoffel. Oh, deine Granate hat mich fast mit dem Tod genommen. Lässt dir die Fallen, bevor du hier stierst. Oh, jetzt hab ich's. Oh, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Oh, oh. Jetzt hab ich's. Das geht doch nicht. Guck mal, die Bots schmeicheln. Ich hab unglaubliche Reflexe. Können die reden? Joachim? Wenn wir reden, oder? Ja, die machen wir manchmal. Ich kann nicht jelfeln. Ein paar Momente, und so. Dann war unfair. Ich konnte nicht versehen. Als echt und diese haben wir nur nur 10% Killrake angelegt. Ja, nur 10% ist. Alter. Ist nicht viel, ist nicht viel. Ich bin schon groß und viel. Komm noch und spielen mit mir. Ich lade dich ein, ich bin Köln. Oh, das kann doch nicht sein. Nein, du Huren. Alter. Oh, komm schon. 200 Punkte Unterschiede. Ich seh nicht da hinten, Alter. Echt? Ja, aber ich fick dich nicht tot. Vielleicht krieg ich vor jedem der hier erschossen mit 10 plus mit Assassin-Kill. Ah, fuck. Ja, und schon wieder bin ich gestunnt, echt. Oh, ja, vielleicht noch Pistolen, da kann ich nicht viel mit anfangen. Seh ich da nur noch Körper am fliegen? Das geht aber nicht. Rampage Mode, Junge. Nein, du, immer dieser... Erstmal nachladen. Mann, Mann, Mann. Boah! Wie schwer rastet der auf hier, rastet der auf. Mist. Ah, komm. Komm, bitte. Oh, ich dachte, meine Granate reißt sich noch mit dem Tod. Nein! Schade. Oh, ach. Ja, Mann, wir führen jetzt. Komm, Leute. Sie führt ganz schön, da darf nicht, da wird eine Niederlage für mich hier. Seh ich schon so kommen. Niemals nie. Nein! Ich kann jetzt leider die Bots jetzt richtig abkappen. Conny! Nein! Ich will nicht sterben! Wo bist du denn? Oh! Nein! Irgendwann ist... Irgendwann ist... Irgendwann ist gut, ey. Irgendwann ist vorbei. Der Mars ist einfach voll. Weil ich glaube, der andere, der bei dir ist, hat aufgegeben, ey. Der hat dann nur noch in der Base gestanden. Echt? Na, guck mal, wie knapp das noch wird. Ah, das stimmt, ey. Nein! Ja, 4700 zu 4000... Nein, Junge! Nein! Nein! So, ich muss jetzt mal hin, unser Team an Spitze führen. Granate fliegt! Boah! Granate! Komm, Leute! Nein! Dreck! Komm, ein Kill noch! Nein! Ja, Mann! So, ich will mich mal schnell verabschieben, bevor die Abnahme abbricht. Ich sag, ciao von meiner Seite! Ich auch, tschüss, tschüss!